Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Ja, willkommen zu einer weiteren Eventvorstellung, nämlich zum Frühlingsurlaub. Da startet morgen am 2.4. um 14 Uhr und endet dann am 8.4. um 14 Uhr. Das ist ein Zucht-Event, die Schwierigkeit ist mittelbeschwer und verfügbar, theoretisch ab Level 8. Aber züchten kann man halt erst ab Level 21. Was müssen wir züchten? Vögel, Reptilien, Gliederfüße und Säugetiere, sprich alles. Eventkörbe gibt es diesmal sechs Stück. Falls ihr wissen wollt, was da drin ist, einfach mal kurz das Video anhalten. Dann haben wir weitere drei Eventkörbe und beim Spezialpaket gibt es eine kleine Besonderheit. Denn das ist nur am 2.4. von 14 Uhr bis 0 Uhr verfügbar. Der Eventaufbau, den kennen wir bereits von Geschichte hautnah. Je mehr wir abgeben, desto mehr verändert sich an dem Häuschen. Alle drei Schritte bekommt man dann eine Hauptbelohnung, sage ich jetzt mal. Und da schauen wir uns einfach mal an. Bei Haus 1 muss man zum Beispiel zu Beginn 20 Enten, 80, äh 80, 8 braune Hühner abgeben. Auch Erzeugnisse werden gefordert, wie zum Beispiel Daunenfeder. Und da bekommt man dann schöne Belohnungen. EP, Moospenny, Erntekoupons, also wie wir es halt kennen. Und auch noch verschiedene Boxen, die einen gewissen Inhalt, ähm, ja, eben drin haben. Das sind, ich glaube, das sind sogar extra Boxen jetzt für das Event. Ähm, genau. Und dann haben wir hier die, nach drei Schritten, die erste Hauptbelohnung. Das sind dann, ähm, sechs Superfutter. Und, ähm, dann sind es wieder drei Schritte. Und da kriegt man jetzt, weil natürlich mehr gefordert wird, zum Beispiel vier Hasenohrige, ähm, Kuckuck. Ähm, und 15 Vogelabzeichen werden auch gefordert. Da gibt es dann 9000 EP mal Level und das ist schon eine ganze Menge. Ähm, weil jetzt habe ich hier gerade die Seite offen. Zum Beispiel in dieser Vogeltierbox, ähm, ja, da kommen halt verschiedene Zuchtvögel. Nenne ich jetzt einfach zum Beispiel ein Emo, ein Schriller Pfau. Was weiß ich, kann da eben rauskommen. Und so ist es bei den anderen Boxen auch. Da sind nämlich noch ein paar andere mit dabei. Ähm, bei den anderen beiden Häusern. Ähm, hier, 20 Vogelabzeichen und 24.000 EP mal Level. Das ist eine ganz stolze Summe. Ähm, also EP ist immer gut. Ne, kann man nie genug haben. Ähm, ja, es sind immer EP, Moospenny und Superfutter und EP mal Level. Und halt eben noch diese Boxen. Und da bekommen wir dann auch, wie man schon sieht, als Hauptbelohnung zweimal. Ein Aviarium Upgrade. Also, gibt's Upgrade-Items. Dann haben wir das Haus Nummer 2. Ähm, hier müssen wir dann die Säugetiere abgeben. Kriegt man dann auch eine Säugetierbox. Da kommen dann eben verschiedene Zuchttiere raus. Ähm, und hier rechts steht jetzt auch dran, was man eben braucht. Ähm, zum Beispiel die Faultierstatue, was weiß ich. Ähm, weil, um Bikini freizuschalten, ähm, erwerben zu können, braucht man eben die Affenzucht. Und, ja, wie man hier auch sieht, gibt's dann auch Tropen-EP. Also, das ist wieder so ein Farm-Barmer-Event, so ein Mischmasch. Und hier gibt's dann auch wieder zwei Upgrades für das Upgrade-Item. Hier gibt's auch 1,2 Millionen Moos-Penny, auch eine stolze Summe. Boah, also ein EP kriegt man echt massig. Sehr schön, wirklich sehr schön. Dann aber das Haus der Reihe, das letzte Haus. Da geht es jetzt um die Reptilien und um die Gliederfüßer. Da gibt's dann diese Krabbeltierbox, da können eben verschiedene Gliederfüßer und, ähm, Reptilien rauskommen. Auch hier wieder einiges an EP und Moos-Penny. Auch, ähm, ein Ernte-Bonus L und S ist mit dabei. Und hier, wie bei den anderen beiden Häusern, gibt's dann auch nochmal zwei Upgrades. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Boah, ich seh grad bei Aufgabe 12. 45.000 EP mal Level. Geil. Wirklich, wirklich geil. Ich freu mich riesig. Event-Sicker, drei Stück, für jedes Haus einen. Ja, sieht cool aus, finde ich. Dann gibt's Items, da haben wir einmal das Aviarium. Ähm, ja, da musste man die Vogelabzeichen abgeben. Dauern alle drei 22 Stunden. Also sind die drei Upgrade-Stufen. Von 3.000 auf 3.300. Und am Schluss 3.500 EP. Auf einem 1x1-Item ganz okay, aber es gibt leider keine Ranke. Ähm, dann haben wir das weitere Item, nämlich das Tierchengehege. Und hier sind dieselben Werte, von 3.300 auf 3.300 und dann auf 3.500. Ja, und beim letzten Item, dem Krabbeltier-Hotel, da ändert sich jetzt was. Und zwar, dauert das Item nur 10 Stunden, bringt er in der ersten Stufe 1.350 EP, anschließend dann 1.500 EP und in der letzten Stufe 14 EP mal Level. Alle 10 Stunden. Das ist das Event. Frühlingsurlaub. Das Zucht-Event im Monat April. Ihr könnt immer gerne eure Meinung zu diesem Event in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, war's es mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl.